ARD Text im Auftrag von Funk Ja, komm mal rum hier, wir haben den Vogel Wie blind bist du eigentlich? Ganz blind? Naja, wenn ich jemanden die Hand schüttel, dann fass ich ihm ins Gesicht Das heißt, du kannst mich nicht sehen? Nur hören und fühlen Wanns mal, ich glaub Ihnen gar nichts, was Sie hier sagen Ja, ich glaub Ihnen langsam auch gar nichts mehr, was Sie sagen Haben Sie eben versucht, den Zettel hier aufzuessen? Naja, ich hab ihm erzählt, dass ich blind bin Und ich bin gar nicht blind Danke Biss Aber Jona sieht sie nicht Nein, das meine ich, sie ist blind Sie kann mich nicht sehen Ich hab das auch nicht gleich verstanden Aber dass sie blind ist, hat zur Folge, dass sie mich nicht sehen kann Und das habe ich nicht genauît Ich bin aber nicht nur gegründet hat, sicher ist es ein Relationsfeld